ne das ist doof das ist sehr doof bitte rechnen das bitte machen ich mach erstmal so und so und so ähm äh ne kann sich auch nicht gehen das bringt ja auch nix oh Gott oh Gott ist das schlimm das ist ja sehr schlimm ähm dann du 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 ähm ja so und so ok warte das ist richtig so ich glaube nicht 1 2 3 4 1 2 3 4 ja doch könnte richtig sein so dann wahrscheinlich so hier aha 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 äh nee 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 war grad irgendwas falsch ähm hm da und 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 da mhm ach da oben sind noch welche Hier, 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 hier. Ah, ja, 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 ja. Ich hab's so interessanten Einglisten. Ja, 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 ja. Ich freu mich so, ach, geil. Sinns nur, wir haben das Muster der Landplatte auf dem Bodenfeld übertragen. Ach, da, um ging es. Du bist einfach nur wild und drauf rumgelaufen. Natürlich. Was haben sie denn gedacht? Der Genehmdienst. Das Rätsel ist auf die Infa gelöst. Auf die Nüssen-Ratsforderung. Diese arti-ramidale Abenteuer lasse ich mir gefallen. Ach, schön. Ich hatte es ja immer gelöst. Haha. Ach, geil. Ich freue mich so, dass ich mal eine Rätsel ohne in den Mecker geschossen habe. Haha. Ihr habt dich zweite Etage bezwungen. Warum eigentlich bitte eine Rätsel-Pyramide? Warum überrennen die uns einfach nicht mit den gesamten Strandmacht? Da wird man eh down gehen. Alle tot gehen. Öh. Ahem. Ihr würdet nichts ihnen genommen. Und ob wir das werden? Zu wem eigentlich? Na, das ist der Festwoord nicht mehr. Oh je. Oh je. Hm. Keep. Oder... Ja, stampfen macht zwar nicht allzu viel Schaden, aber... Das Schutzmau könnte ich eigentlich mal anwenden. Ein paar Mal. Schade, dass ich da noch nicht die zweite Erwähigkeit... Also von Flammlieder noch eine zweite Stufe habe. Wenn es die überhaupt gibt. Och nein. Och nein. Ich hasse das. Ich hasse das. Ja, bei Eleonora ist ja nicht so schlimm jetzt, aber... Und... Bam. Weicht aus, weicht aus. Äh, geil. Schwinger... Ähm... Du könntest... Du könntest... Ähm... Es ist... Badekur... Und du noch mal Schutzmauer. Und du... Und der Erbe... Es ist nicht so wichtig, dass die... Dingens hat... Äh, du könntest nicht mal heilen. Weil du hast schon wieder die Hälfte. Ich habe hier irgendwie verloren. Och man, das hasse ich. Oh mein Gott. Ja. Geil, hä. Nein, bei Heisen ist das jetzt nicht so schlimm. Das ist dann nicht so schlimm. Ach Gott. Schwinger... Stampfen... Schutzmauer auf dich. Flamme oder heilen. Heilen lieber, glaube ich. Heilen. Und einem gibt es einen Tacke, klein. Bla. Bam, bam. Und Schutzmauer und... Schaden und heilen und... Bam, bam. Ach, ist denn der endlich mal tot hier. Mein Gott. Schwinger... Stampfen... Schutzmauer... Oder das ist nicht alles, dass der viel mehr bringt. Aber egal. Ach, was soll denn das? Medizin ist unfair. Ja. Ach Gott. Stirb. Stirb. Danke. So. Irgendwie ist es jetzt ein bisschen leichter. Weil die nicht mal allzu viel Schaden machen. So, jetzt aber. Ausschlag. Hieb. Ähm. Deckung und... Flamme. Bam, bam, bam. Und Tschüss. Ach ja. Und immer schön. So schön wie EP. 340 Rund. Granatala. Medizin. Medizin. Kreatur dafür 13. Heißen dafür 13. Oh yeah. Sehr gut. Und Tschüss. Haha. Und nochmal heilen. Husegräuert und 18 HP. Geil. Hehehe. Wunderwasser. Wasser. Was ich auch wieder kaufen. Gut da. So. Das Klimm dort unten rührt wohl vom Erdgeschoss her. So langsam gehen wir an Höhe. Haha. So langsam. Und dann besteht die Prüfung. Nächste Prüfung. Mal gucken. Was zum... Wo bin ich jetzt gelandet? Erhellt das Dunkle. Doch hier verbirgt es. Gebt festen Halt. Doch hier ist Luft. Denkt nach Geschwind. Das Wein wirkt es. Und trittet in die nächste Kruft. Also erhellt das Dunkle. Doch hier verbirgt es. Gebt festen Halt. Doch hier ist Luft. Okay. Was heißt das? Verschlossen. Ich verstehe nicht was ich jetzt machen muss. Ähm. Ich. Hab ja nicht mal irgendwelche Events zum... Interagieren. Erhellt das Dunkle. Doch hier verbirgt es. Das heißt denn wir... Äh. Ein Schatten wegmachen. Und irgendetwas... Nichts sichtbar. Gebt festen Halt. Dann drunter verstehe ich den Boden. Doch hier ist es Luft. Da ist ein Rückenfall oder was? Irgendwo. Denkt nach Geschwind. Zuweilen wirkt es. Und trittet in die nächste Kruft. Ich bin für solche Rilze nicht geeignet. Vielleicht muss ich ja... Auf jedem Feld einfach mal... Trocknen. Vielleicht wirkt es ja... Irgendwie... Irgendwann... Irgendwo... Irgendwie... Irgendwann... Irgendwie wirkt es hier nicht. Ich verstehe es nicht. Ist irgendwie komisch, dass da hier... Und da und da solche... Dass es da einfach aufhört. Nee, das ist nur... Muss ich irgendein Item verwenden? Nee. Kann überhaupt keins verwenden. Ah, na, toll. Hey, das Dunkel. Doch hier verbirgt es. Geht festen Halt. Doch hier ist es Luft. Denkt nach Geschwind. Zuweilen wirkt es. Und trittet in die nächste Kruft. Was heißt denn das? Okay. Pads Blitz. Ende, wir stehen mal aus Pudding. Nicht resonieren, sondern davoran. Ein Geheimnis lockt. Äh. 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 Leute, das war Zufall. Fragezeichen. Fragezeichen. Höchstwahl. Alter, was regnet er sich hier einfach vor? Wollte persönlich den Knopf drücken. Alle beide geht in das Ruhr. Sofort. Teleport. Teleport. Okay, aber... Tür war nur einer Treppe. Achso. Ein Pöhr. Zufall ist durchgehender. Bringt da mein ganzes System durcheinander. Hahaha. Das mit der Statu war nur Zufall. Da muss man echt überall rumdrücken. Ansonsten, naja. Ihr habt die dritte Etage bezogen. Na, ich kann die ganzen... Alter, das sind... Wie viele Etagen sind das noch? Noch zwei. Aha. Firma dankt. Firma dankt. Aha. Oh, zwei noch. Okay. Äh. Kannst du halt vorbeugen. Da kann er auch mehr von Grundsinn. Hehehe. Oh, Markwitz, bist du fies. Kann ich mit Dingen denken, wie auch interagieren? Nee. Äh. Das kann hier mal erst wenn ich die Rätsel mache. Da steht die Prüfung. Ja. Ja. Ein und dasselbe. Was heißt das jetzt schon wieder? Springen oder was? Äh. Abgeschlossen. Ja. Eine menschliche Form. Hier. Auf dem Mars. Das will ich nicht verstehen. Wasser. Okay. Okay.